Aber es geht nur darum, das Thema Scherbelhaufen ist im Hochsaal gar nicht ganz so neu. Die hießen früher nur ab, dass Siegreicher Schmidt, Monitore und Leuke. Übrigens, der Herr Leuke hat damals freiwillig eingesehen, dass er geschummelt hat. Er hat sich zurückgezogen, hat vielleicht gar nicht kandidiert. War alles schon mal da in dieser Stadt. Es war alles, ich war alles da in der Stadt, wenn ich sonst schon ein Viechse bin. War alles schon mal da. Die Herrschaften haben immer nichts gelernt. Das ist für mich der eidliche Skandal. Das gibt es den oberen Glauben. Sie könnten mit den Gesetzen einfach machen, was Sie wollen. Die Gesetze sind da, aber wir machen mit denen, was wir wollen. Wir werden ja eh nicht erwischt. Bevor wir uns erwischt, sorgen wir dafür, dass wir nicht erwischt werden. Ich fand, es ist im Hochsaal schon mal einer erwischt worden. Er hat sich erwischen lassen müssen. Drucksale, ein Scherbenhaufen. Alles schön. Nun Freunde, lass es mich einfach sagen. Der Abend war nicht vorgesucht.